Ok, ja, die Horde, die hier gerade rumgerannt ist, die ist weg. Ist doch gut. Nö. Na, dann wärst du sonst vielleicht tot. Nö, nö, die sind da, die sind da an mir vorbeischalziert. Okay. Das Geile ist aber, ehe ich wirklich bei dem Händler ankomme, wo ich hin will, bin ich da wieder sowas für ein Verschissen überladen. Das will ich auch. Bin zwölf überladen. Ich hab Dullfall, ein kaputtes Knie, eine kaputte Hand und ich verhungere. Also Standort. Das sind die beste Voraussetzungen. Das denke ich auch, ne? Ich hab noch sechs Plätze frei und ich hab hier drinnen so viele verschissene Kisten, die ich jetzt hier drinnen looten kann. Das ist seltsam, das ist seltsam, das ist seltsam, das ist seltsam, ne. Ah, da fährt jemand mit dem Fahrrad an mir vorbei. Guten Tag. Guten Tag. Haben Sie was zu essen? Nein. Okay, tschüss. Ways pass'n guess. Gut, dann wieder tschüss. Ich geh jetzt hier, jedes pass'n guess, was ich finde, absuchen. Warum, was brauchst du? Reifen? Gibt's nicht. Oh, ich hab sogar noch ne pass'n guess Kiste. Verpiss dich. Schau ich hier direkt die dritten auch noch raus, oh Kackvogel. Hier ist noch Karls Car. Meinst du, da gibt's keine Reifen? Pass'n guess. Gucken wir mal in die Truhe rein hier. Zack. Erste Kiste, pass'n guess. Da ist direkt ein Reifen drin. Sehr schön. Aber für mich müssen sie nicht aufstehen, junger Mann. Können sie direkt liegen bleiben. Was hat's schön gemacht, aus dem Bunker da unten rauszukommen. Ja gut, vielleicht hat er Anstand. Aber sitzt du auch die ganze Zeit da unten? Ja, von nix kommt nix, ne. Ja, aber nur da unten sitzt, ist doch auch doof. Da ist unsere Munition. Aber ich sag, ich bin jetzt schon sowas für ein Restlos überladen. Dass man auch immer so schnell überladen ist. Außer Doreen, die rennt immer leer rum. Obwohl sie nichts einsammelt. Ne. Die hat das System, glaube ich, noch nicht so ganz verstanden. Den müsst ihr ja das mal sagen. Hab ich ja schon hundertmal gesagt. Zeig schon was Zeichen ist. Das ist halt allen scheiß. Nur nix zu essen. Das ist echt übel. Ja, weil es schwierig ist herzustellen. Mittlerweile. Ja. Nein, auch hier vom Dude. Alles habe ich, nur nix zu essen. Ja, das haben sie bestimmt irgendwie ganz schön runtergenommen, die Chance. Brauchen wir noch eine Steinschaufel, Stufe 3. Alles weg. Oh. Die es understands. Das ist gut. Die da. Die da. also wir müssen uns auf jeden fall die schulen merken gibt es auf jeden fall schön retten gut aber ich habe keine die triche und keine spitz axt und nix ja ich hab halt auch keine spitzhacke die triche habe ich aber auch bloß 4 und seit hohen die weit oder bitte zwei keine ahnung wie viel trich so raus gemacht aber beim ersten mal schon auf ginge wenn du zwei hast kannst du jetzt wieder so aufmachen ich habe jetzt aber gar nicht ich glaube mehrere damit aufgemacht du kannst nicht kaputt naja dann war es ein pack oder sowas ging aber nicht kaputt ja trotzdem soweit ich weiß verbrauchst du den dann ist nicht weggegangen jungen lasst mich dauer fünf schüsse mit der pistole und ewig kalt mit dem stufe 6 speer drauf gekloppt keine chance der fällt nicht um der zombie keine chance zombie aus der halle ja fünf schüsse in den kopf der hat keinen bock einen anderen haust du einen mit dem knüppel über den kopf und er ist tot so gibt es jetzt hier endlich was zu essen hier ist doch die küche hier muss es doch was zu essen geben ich bin 829.000 kilometer von rucksack entfernt der party dass ich schießen kann aha ich hab der freund der mumu geschossen sah zumindest so aus oh ne doch nicht so auf der seite und das bein schade problem ist ich muss zu meinem rucksack weil da ist ja reifen drin den ich brauche ist es dein ernst jetzt kriege ich ein reparator geht und ich habe keinen platz ich bin randlos überführt er wirklich ich habe selbst gebaute pistole stufe 2 auf mir die zerstören also ich verhungere gleich hier ich sehe es kommt ich finde nichts zu essen ich muss ja auch noch bis zu den händler 900 meter laufen boah ich bin jetzt schon komplett überladen überfüllung geschlossen überfüllung überfüllung bis nichts ich finde das so geil wie sie ab den Ballern einstellt aber ich brauche einen Armbrust, Mann ich habe zwar schon Bogenstufe 4 mehr herstellen können aber der Abo ist tausendmal geiler wenn der Händler jetzt ein Fahrrad dort hinten hat und ich kann mir das leisten, ich weiß nicht was das kostet ich glaube ich kann mir das gar nicht leisten, ich habe bloß 3.500 einstecken kostet der bestimmt über 7.000 und ich kann mir das nicht leisten Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Achso, das hat er selber. Der kleine Miese, der. Der muss ja irgendwie auch ein bisschen von ANAW kommen, aber wir haben gleich ein zweites Fahrrad. Alles gut, ich brauch keinen, ich hab Füße. Du meinst ein drittes? Zweites. Hatten wir denn schon ein zweites? Ja, weil wir wahrscheinlich ein Zeiss im Inventar haben. Ja gut, er hat ein... Oh, ich hab da Füße. Bei der Ärmere von Sagemann hab ich gesagt, nee. Du hast Füße? Warum? Füße. Weil ich die gekriegt hab. Die Klingel vom Fahrrad geändert. Die klingelt jetzt komisch. Die macht immer üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü weil ich kann dann noch weiter jetzt will ich auch nicht mehr hast du schon versaut schön machst das bäckchen errägt du schnulli ich finde alles so nix zu essen zu trinken das ist doch hier beschiss 18 überladen heiliger bim bam na schön jetzt finde ich was zu essen toll die ist nie zufrieden findet sie nicht so rum findet sie was heute so rum ich bin ja schon verhungert aber was bist du denn schon wieder was willst du hau dich selber du hässlicher in ruhe verblutet doch eh schon kommt der um die ecke wenn ich mir mein essen hol also hör mal was soll er denn hören dass man sowas nicht macht ganz sicher schimpf mal mit dem nein das ist aber ganz schön gemein zu mir heute du schimpfst nicht mit dem wo ist mein rucksack hä weg toll jetzt zeig er da da ist beim rucksack erscheinen und am arsch der welt bist du die wollen mich doch verkack eiern okay das reicht doch nicht wir brauchen doch noch ein reifen ach leck mich sogar wir hätten nur ein ich bin davon ausgegangen dass wir nur einen reifen da haben können wir die denn schon herstellen ja da brauchst du ja die säure für ach so da brauchst du extra die säure scheiße das andere das kannst du herstellen oder was den lenker und den rahmen das kann ich alles herstellen klar ja ich guck mal was der scheiß händler hat wenn ich irgendwann mal ankommen sollte das ist halt auch wenn der hunger und durst hat gell der regeneriert das so langsam die ausdauer das stimmt überhaupt nicht geht ja immer gespüssen 1er schritten hoch 1 2 3 4 und dann rennt sie zu 5 meter und da ist schon wieder das ist alles bei null da laufen und nicht rennen ja ich will halt auch vorwärts kommen ich meine wir haben es schon um 8 ich werde bevor der penner zumacht dort sein das wird knapp ich will jetzt noch 100 meter habsch noch ach das kriegst du ja hin naja wenn man nicht alle 10 meter so scheiß zombie überm weg rennt ich muss ja doch gucken dass da was zu essen hat ähm sonst schaffe ich sie du bist schon wieder da was willst du denn nun schon wieder sonst schaffe ich sie in slow motion nicht zurück auf mich zu hauen ich glaube es hackt was heißt die aktivieren abwarten willst du mich fragen hallo jetzt bin ich hier extra hingefahren warum aktivieren abwarten wer hat hier hinten wo ich gerade bin ne quest nicht ich hab keine ahnung ach die reiht das fuckt mich so ab ne ja das haben sie selbst bitte doof gemacht der saut du mal statt die quests da angenommen werden du rennst da hin und dann ist es gar nicht scheine schön der hat ein Fahrrad für 7.500 der perner schön jetzt machen wir uns die ganze jetzt warst du ganz scheiß gut der hat zwei räder kannst du dir auch nicht leisten doch ins achte kosten 2 jetzt ich muss aber gucken dass ich was zu essen kriege oh gott gleich zu langsam wenn er überladen ist das zu nerven jetzt ist das ich meine Freund Das war's für heute. Soll ich ein Rad oder zwei holen? Ja, je mehr Räder, umso besser. Dann fehlt uns nur eine Eins, dann könnte ich noch ein Fahrrad machen danach. Ja. 1.008 kosten die Zwei. Jetzt hab ich schon noch eins Fünfer. Warte mal, die Säure, wo finde ich denn die Säure? Bekleidung, Rüstung, Mod. Me too. Just to let you folks know, the traitor girls will close them soon. Okay. Ich hatte da halt keine Säuren. Ich habe 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 keine Säuren.